Herzlich Willkommen zum Adventskalendertürchen für den 12. Dezember. Heute basteln wir einen Divider für unseren Planer. Ja, für unseren Divider brauchen wir erstmal die Größe des Planers. Ich habe hier einen Erin Condon Planer. Welchen auch immer ihr nehmt, ist völlig egal. Ihr könnt den Filofax nehmen, ganz egal. Wichtig ist, dass ihr ein Blatt davon einmal rausnehmt. Ihr seht, ich habe das auch nicht im Erin Condon, sondern ich habe den sogar noch im Becky Higgins Planer. Und ich lege das jetzt mal weg. Und wichtig ist halt die Größe hier. Und die werde ich jetzt mal hier einfach drauflegen. Planerblatt. Dann brauchen wir ein Scrapbook Papier. Das ist so ein bisschen dickeres Papier. Also jedes dickere Papier tut es im Prinzip. Ihr seht, das hier ist von zwei Seiten. Deswegen fand ich das sehr schön. Dann brauche ich noch ein Lineal. Diesen Puncher. Der ist einfach dazu gedacht, um die Löcher hinterher rein zu machen. Weil ich brauche ja nur zwei Löcher. Aber wenn ihr auch alle braucht, ist auch kein Problem mit diesem Ding, kann man die alle machen. Und dann brauche ich noch hier so ein Klebeband, weil ich möchte an meinen Divide natürlich so ein Schnibbel dran bauen. Und den mache ich damit ein bisschen fester. Ja, den nehmen wir gleich. Gut. Also erst einmal mache ich jetzt hier das Blatt so groß wie das hier. Ich habe jetzt hier so ein Schneidegerät. Braucht ihr auch nicht. Ihr könnt das schlicht und einfach mit der Schere beschneiden. Ich habe nur gedacht, geht zum einen schneller und zum anderen ist das natürlich auch etwas ordentlicher. Machen wir jetzt hier nur so kleine Markierungen. So. Ich glaube, das Lineal erübrigt sich gerade. Und lege nochmal mein Blatt da drauf. Jetzt habe ich das eben schon ausgerechnet, dass einmal das zehnte von unten und das neunte von oben das Loch der Wahl ist. Und deswegen mache ich mir da jetzt zwei Punkte rein. Ihr könnt natürlich auch an allen Reihen machen, je nachdem, wie viel ihr braucht. Dieses Ding hier gibt es von Raya, glaube ich. Und gibt es für ein paar Euro bei Amazon. Ich verlinke euch das wieder unter dem Video, damit ihr das finden könnt. Weil es ist sehr präzise. Man kann einfach hier das da drauf machen und dann hat man auch schon sein Loch, wo man es haben will. Mit diesen Lochern, mit diesen größeren Lochern bin ich immer so ein bisschen auf kriegst. Deswegen ist das super. So. Und jetzt kann ich zum einen das wieder reinpacken. Und zum einen lege ich das schon mal hier drauf. Ja. Und ihr seht, schon ist das Ganze fertig. Soweit erstmal der Divide. Jetzt brauchen wir hier noch so einen kleinen Schnibbel dran. Ja. Dafür nehme ich das noch mal raus. Weil, seht, das Blatt ist schön stabil. Und schnappe mir noch mal so ein Reststück hier. Auch ich wirklich hier nur so am Rand, so eine kleine Ecke. Nur doppelt so breit machen, weil ich das ja gleich umklappen will. Und jetzt muss ich mir nur überlegen, wie breit ich das Ganze haben will. Nämlich davon, wenn ich mehr Divide mache, hängt das natürlich auch davon ab. Aber ich denke mal so bis hier hin. Also es kommt jetzt nicht auf einen Millimeter an. Da wird es schon genügend ungefähr. Also immer da. Ein bisschen mehr als die Hälfte war das jetzt. Ja. Jetzt wird das Ganze einfach umgeklappt. Könnt ihr es natürlich auch am Computer machen, wer es noch ein bisschen schöner haben möchte. Und jetzt kommt das hier so dran. Und wird vorher mit dem Klebeband verstärkt. Also ich nehme diesen Divide jetzt einfach mal für Rezepte, die ich mir in den Planer heften will. Deswegen schreibe ich jetzt hier drauf. Rezepte. Und nehme dann hier das Klebeband. Seht ihr schon, das Klebeband ist weniger breit als mein Tag hier. Das schneide ich aber jetzt gleich einfach zu. Und und hier können wir auch noch ein bisschen schneiden an den Rändern. Und dann wird das hier so halb drüber gemacht. Ja. Und fertig ist euer Divide. Da. Man sieht schon, das Schwarz ist vielleicht nicht so ganz so perfekt gewählte Farbe. Könnt ihr natürlich noch was anderes nehmen. Ich werde das gleich nochmal auffummeln und eine andere Farbe nehmen. Oder auch es gibt so Glitterstifte, die kann man dafür nehmen und das draufschreiben. Hauptsache, man macht so eine kleine Verstärkung hier. Am besten wirklich mit so einem Klebeband. Ist einfach dafür, man blättert es da immer um, man packt das immer an. Und deswegen ist das schon ganz gut, wenn das so ein bisschen geschützt ist. Und ja, so einfach könnt ihr einen Divide herstellen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, bitte den Daumen nach oben. Falls nicht, erzählt es uns. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich noch abonnieren. Dann bekommt ihr nämlich jeden Tag so ein schönes Video von uns. Und ja, ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.